Weiter geht's bei DLC City. Dankeschön fürs Einschalten und wer nicht weiß, was das für ein Projekt ist, guckt mal in die Videobeschreibung, das ist eine kleine Anleitung und auch eine Playlist, die euch zu Folge 1 führt. Wir sind in Folge 2 und heute bauen wir unsere Stadt weiter. Deswegen bewerten wir den Part und viel Spaß. So sieht's aus, wir haben genau 1500 Einwohner, wie es auch auf der letzten Folge zu sehen war und heute bauen wir fleißig weiter. Ja, ich hatte gesehen, dass sich auch viele gewünscht haben, dass ich dieses neue Mini-DLC mit den Bridges, also mit den Brücken, einfach auch für die ganze Map hier benutze. Da müsste ich nur die Autobahnbrücken nachher austauschen, weil das ist ja was, was man jetzt nicht unbedingt stadtteilspezifisch bauen könnte, sondern da muss man dann wirklich hergehen und das Ganze dann, wie heißt es? Oh, das ist ja, warum ist denn hier vorne so ein Ding punktuell irgendwo einbauen, ne? Ich entferne diesen Knoten. Oh, das ist ja super geil, da muss ich mir echt mal ein Tutorial so angucken. So, zu dieser Mod, die ich gerade benutzt habe, zum, glaube ich, zweiten Mal oder so. Naja, ich glaube, dritte Mal, aber immerhin. Ich lerne dazu. So, wir machen jetzt mal hier fleißig die Straße weiter, weil das wird auch eine unserer Hauptstraßen werden. Ich habe aber noch gar keinen Plan, in welche Richtung wir hier noch gehen werden, aber ihr seht schon, das Ganze wird sehr griddelig. Bester Satz überhaupt. Also gridlastig, klar, so baue ich halt immer, das ist auch so mein Ding. Natürlich wird es auch Stadthalle geben, die halt jetzt organisch und schön rund sind, aber das ist halt erstmal nicht der Fall. So, ich glaube, ich lasse das hier einfach durchziehen, oder? Bis hier. Ich gucke gerade, dass wir nicht zu viele Kreuzungen an der Stelle haben und dann mache ich mal ganz kurz den hier. Und ich hoffe, dass das auch hier parallel dazu läuft. Ich glaube aber schon, ne? 64. Oh, ein Steckschiene. Äh, Straße. 64 passt. Oh Mann, ey. Genau, 90 Grad. Wobei, da würde ich, glaube ich, echt auch den Abstand einhalten. Der nächste wäre dann, glaube ich, hier. So, dass wir auch den perfekten Abstand haben. Da drin wird natürlich sich noch einiges ändern. Wir werden wahrscheinlich auch noch einen gewissen Teil irgendwo rund machen. Aber ich glaube, wenn das hier so parallel zur Autobahn alles so ein bisschen ist und die anderen Stadtteile wiederum in eine andere Richtung einschlagen so ein bisschen, ist das, glaube ich, ganz cool von der Optik her. So, wir fangen aber jetzt direkt an so zu bauen, als wenn das quasi, ja, ja, das ist jetzt dumm, als wenn es quasi final so bleibt. Was es auch bleiben soll. Ich meine, klar, werden wir nachher irgendwelche Stadtteile noch umbauen. Aber im Großen und Ganzen soll es ja so bleiben, wie wir jetzt bauen, ne? Einfach alles voll, Alter. Gute Frage, ob ich jetzt hier auch noch... Geht's hier hoch? Da geht's ja einen Berg hoch. Bah. Übrigens habe ich mich über die Kommentare wieder herrlich amüsiert. Von wegen, dass ich viel zu wenige Straßen wieder abgerissen habe und sich Leute gewundert haben, ob diese auf dem richtigen Kanal sind. Fand ich ganz witzig. Und es gibt auch hier in alle Button. Den ich auch nicht so häufig benutze. So. Aber ihr seht, ich habe eigentlich immer so mein... Mein gleiches Schema, wenn man so möchte. Aber ich glaube, das Gesamtbild, darauf kommst du nachher an. Und auch schon mal ordentlich Wege und Straßen vorplanen. Also jetzt gerade auch die Wege. Ich stelle mir vor, dass dieser Weg hier drunter geht, da hinten wieder rauskommt. Und dass dann in dem anderen Stadtteilbereich der Weg dann auch vorhanden ist. Weil an sich... Warte, ich mache nochmal hier so. Warte, ist das denn? Das geht ja mal gar nicht, du. Das muss ich nochmal ganz kurz wegmachen. Da, wenn das so einhakt, ist das nix, ne? So ist besser. Muss ich einmal ganz kurz gucken. Ich würde gerne diese Spitze erreichen. Die wäre dann ja so bei... Bei 8 Uhr. Vielleicht hätte ich messen sollen. Aber ich glaube... Ja, das geht. Und jetzt nehmen wir hier wieder den. Klick. Dass wir da 90 Grad haben. Und so haben wir den ganzen Weg schon fertig an der Stelle. Geil. So. Hier vorne wird wahrscheinlich mega krasser Verkehr sein. Außer wir werden noch zwischendurch ein paar Abfahrten mit einbauen. Was wir auch machen werden auf jeden Fall. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier passt. Also. Gewerbegebiete go. Weil die sind gerade... Also da ist gerade die Nachfrage sehr hoch. Hier würde ich mir nachher noch ein paar Büros wünschen. Hier vielleicht ein Monument oder so. Oder ein einzigartiges Gebäude. Sieh gerade, wir haben ein bisschen weniger. Ich muss das schneller machen, ne? Was ist denn hier los, Alter? Und wir haben noch gar keine Parks und Plätze. Wo sind denn meine Hüpfbogen hin, meine Fresse, ey? Warte. Alter, die guten Hüpfbogen. Ah, da fehlt echt an Wasser. Warte. Jetzt eins nach dem anderen. Ich mache den hier vorne hin. Das entlastet die Kreuzung schon mal ein bisschen. Und zwar genau dahin. Ist natürlich nicht das beste Ding. Aber ist okay. Und hier ist ja das Beispiel, ne? Wie? Sie haben kein Wasser. Ich ziehe mal mit ein. Und manche sagen auch, dass die Länge geändert wurde. Also. Da frage ich mich auch. Pass auf. Ich zeige das in der Folge. Dass der Wert, der Preis, die Baukosten bei 460 liegen. Bau das hin. Und dann habe ich Kommentare mit. Das wurde aber geändert. Weil das ist jetzt bei mir teurer geworden. Wo ich mir denke, nee, ihr benutzt die Heizrohre mit. Also glaubt mir wirklich. Oder auch ein Trick. Ich muss dazu sagen, YouTube macht gerade nicht die beste Arbeit. Was Videobeschreibungen und so angeht. Oh, Alter, wir sind ja maximal am Limit jetzt, ne? Weil dieses mehr Anzeigen in der Videobeschreibung rückt irgendwie immer mehr an den Rand. Und was irgendwie schlecht ist. Weil wenn ich dann sage, guckt in die Videobeschreibung. Die Menschen, die die Videobeschreibung benutzen und sich darin zurechtfinden müssen, die nicht direkt sehen. Und ich glaube, auf diesem Kanal ist das auch mittlerweile schon so. Also das ist nicht direkt bei allen Kanälen, sondern die rollen neue Features immer so bei manchen Kanälen aus. Und andersrum müssen viele Kanäle dann super lange darauf warten, dass diese solche Features bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist, aber auf meinem Debitor-Kanal, da ist dieses mehr Anzeigen so krass versteckt, muss ich ehrlich sagen. Also ist schon mehr oder weniger ne Frechheit, wenn man so möchte. Weil dann kann man auch eigentlich gar nichts anzeigen lassen. Das würde, glaube ich, mehr bringen. Oh, ich sehe gerade. Oh nein, wir müssen alle Straßen versetzen. Weil es ist nicht der perfekte Abstand. Der ist nämlich hier. Okay, wer ist dabei, dass wir alle Straßen versetzen? Kommt. Das können wir doch nicht so lassen. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Was ist denn da los, Alter? So, wir sehen gerade, wir haben Wohngebietsnachfrage zu Genüge. Und die müssen wir auch gleich mal nachkommen. Ich sehe gerade, dass wir hier... Haben wir eigentlich U-Bahn und so ein Kram? Ich glaube, U-Bahn haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben nur gar keine Transportmittel. Ja, gut. Die gibt es ja auch erst noch nicht so lange, die Stadt jetzt, ne? Wollen wir mal nicht übertreiben, Leute. Ach, komm. Als ob ihr damit nicht gerechnet hättet. Warte. Ne, ich lasse weiterlaufen. Ich lasse weiterlaufen. Ich darf nur nicht alle gleichzeitig machen, weil dann habe ich das Problem, dass wir keine Einwohner mehr haben. Das wäre... Alter, was mache ich denn hier? Ich will doch hier nur so einen Knoppen haben in der Grandstraße jetzt. Ja, geht doch. Alter, was ist denn da los, du? Ist das alles gut? Alter, da ziehen die auch direkt wieder ein. Aber klar, bei der Nachfrage, ne? Neue Wohngebiete am Start. Ab geht's, sage ich da nur. Ab geht's. So, wo sind wir denn hier? Hier haben wir Gewerbe. Gewerbe bis zu dem Übergang. Obwohl das hier so ein bisschen blöd aussieht, aber könnte funktionieren. Den hinteren Button mache ich weg, damit hier kein langes, dünnes Gebäudes entsteht, sondern so ein zweimal Sechser. Keine Ahnung, ob da was bringt. Fände ich gut. Hier machen wir jetzt normale Häuschen hin. Perfekt. Genau wie hier vorne. Normale Häuschen am Start. Warum ist das denn hier abgeschnitten? Warum fehlt denn da was? Ich glaube, ich weiß warum. Weil da ein Weg zwischen muss, damit wir das Gewerbegebiet von dem Wohngebiet trennen. Ist nicht unbedingt der Grund gewesen. Aber so konnte ich es wenigstens gut vor Dingsen. Erklären. Und hier fehlt auch noch einer. Zack. Ja, zum Glück war der drin. Und jetzt, Achtung, Play. Achtung, festhalten. Wo, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so schlecht, oder? Aber das wäre wiederum beim... Wenn wir das jetzt überall machen, wäre das ja super viel gewasteter Wohnraum, ne? Das machen wir schon mal gar nicht. Dann müssen wir hier nachher so ein paar Notes entfernen. Ich weiß gar nicht, warum man die Notes entfernt dann. Vielleicht sparen wir auch einfach ganz viel und reißen alles auf einmal weg. Aber ich glaube, ihr wisst, wo wir hinwollen, ne? Nämlich in so einem Bereich. Fällt mir gerade ein, Industriegebiet können die eigentlich weiter nach außen rücken. Ich überlege auch gerade, welches Gebiet wir als nächstes kaufen werden. Wir können, glaube ich, schon, ne? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube, hintergrund dessen, dass wir hier sowieso die Ecke noch vollbauen wollen, mit der normalen Stadt. Lohnt sich das, glaube ich, jetzt gerade mehr als hier, wo Green Cities nachher hinkommt? Ah, komm! Passt! Dann können wir hier nämlich schon mal weiter ausbauen. Das ist nämlich auch ganz cool. Da müssen wir eh dann auch eine dickere Straße hinmachen. Die Mülldeponie sollten wir auch mal versetzen. Also hier mal am besten leeren. Da wird sie gefüllt. Ist natürlich geil, dass wir jetzt die beiden Kohlekraftwerke da haben, weil die müssen eigentlich auch versetzt werden. Dann würde ich vorschlagen, wir werden das hier mal wegreißen später. Die Straße schon mal ein bisschen dicker machen, ähnlich wie hier. Und hier müssen nachher, glaube ich, auch noch abfahren für das Industriegebiet, weil das Industriegebiet hätte ich gerne bis hier vorne an der Kante. Könnte man vielleicht schon mal anfangen, weil aufgrund dessen habe ich... Ah ja, wir haben ja gar keine Industriestraßen, ne? Ich denke mir, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wir nehmen jetzt Industriestraßen, weil die sind ja cool. Ja, zu dem Thema, ne? Da sagt man sich so, ja, welche Industriestraßen denn? Sag bloß, die Straße macht eine Kurve. Ne, so geht's. Vielleicht war ich auch zu nah dran. Ah ne, ich glaube, weil das ein bisschen abfällt, das Gelände. Fällt das echt so weit ab? Nein. Fällt gar nicht ab. Ich glaube, das war eine optische Täuschung. Und wenn die Stadt nicht geil aussieht, jetzt kommt's, dann ist das eine optische Enttäuschung. Boah, der war krass, oder? So, und ich bin auch hergegangen. Ich glaube, die Ursprungs-Map hat die Straßen, beziehungsweise die Autobahn, meistens auf dem Boden. Ich bin hergegangen und habe die nach oben gesetzt, damit wir hier so einen machen können. Gerade in dem Innenstadtbereich finde ich das super cool. Hier befindet sich dann übrigens auch ein anderer Stadtteil. Aber für Industriegebiete ist das, glaube ich, hier der Way to go. Also ihr seht auch, wir planen gerade relativ viel schon vor, ohne großartiger zu ballern. Aber seid unbesorgt, es wird noch genügend geballert. Und wir brauchen halt viele Industriegebiete, nur nicht so... viele, aber nicht so große was, glaube ich. Hier machen wir aber rund, oder? Also, was heißt rund? So, warte mal, von da kommt die große Straße. Können wir schon mal machen, oder? Oh, geht sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass man die schon einbauen kann. Oh, WTF, die war ein bisschen zu groß. Dankeschön für den Preis. Vielen Dank für die Blumen. Ja, das sieht gut aus, Mann. Das passt jetzt aber wirklich perfekt, ne? Als ob ich das vorhergesehen hätte. Viele, die da jetzt hergefahren sind, sind zu gut einfach. Können theoretisch auch ein Einbahnstraßensystem machen. Also, hier rein, da raus. Oder so habe ich mal meine allererste Stadt gebaut. Da hatte ich aber auch immer Industriegebiete, die waren so groß wie... Keine Ahnung. Also, schon maximal übertrieben. Ja, geht sogar noch einigermaßen. Und klar, ein paar Modifikationen, so wie Movit und so, auf die will ich halt auch nicht verzichten. Weil gerade bei solchen Sachen... finde ich, bringt das super viel an Optik und so. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall solche Modifikationen immer noch weiter benutzen. So, Wasser. Also, wir werden auch das eine Industriegebiet, was so weit da vorne ist, dann komplett weg machen. Das, was wir wirklich nur hinten in der Ecke haben. Das ist nur jetzt blöd mit dem Abfahrt. Obwohl, eine Abfahrt kriegen wir noch hin. Hier runter, da drauf und hoch können wir dann auch in irgendeine Richtung gehen. Da fahren wir hoffentlich dann nur die ab, die zur Industrie wollen und nicht alle anderen. Das werden wir dann aber erst sehen, wenn die... Obwohl, da fahren auch alle anderen ab. Außer wir sagen bei der Straße, bitte nur Industrie. Dann fährt nur Industrie ab. Aber das passiert eher selten, muss ich sagen. So, das ist schon mal gut. Das hat jetzt Wasser und Strom. Strom zumindest hier. Da muss ich die ganzen Wohngebiete... äh, Wohngebiete noch versetzen. Und ich glaube, wir machen hier eine Straße, die 10 hoch ist. 7 lang ist okay. Guck mal, geht sogar. Die ist 8 lang. Und dann hier wieder 7 lang. Und dann nach unten. Jo. Also da gehe ich von aus, dass dann nicht zu viele Autos drüber fahren werden. Aber zumindest, wenn die Industrie ihre Sachen zu den Gewerbegebieten erfahren wollen, dann auf jeden Fall schon. Ansonsten wird die Straße wahrscheinlich nicht so häufig befahren werden. Und was natürlich noch auch gut ist, wäre, wenn da halt die Fußgänger drüber gehen könnten. Oh Mann, ey. Das wird echt eine sehr... Also so griddlig habe ich noch nie gebaut, glaube ich. 34. Ähm... 20. Da war dann aber auch 20, glaube ich, ne? Genau. 20. 20. Wo war jetzt 20? Ach, Mann, oder? Und das sind nur 14. Okay. Na, guck mal, da fahren aber schon Autos drüber. Das ist gut. Je mehr Straßen, desto besser. Und viele Häuser graiden gerade hinter mir ab. Ober cool. So, das sieht doch vorzüglich aus. Oh ja, und ich werde jetzt hier mal die Bäume entfernen. Ich denke mir immer so, ah, das ist gut, damit das performanter läuft. Aber ich glaube, das ist es nicht, ne? Ich glaube, das ist es nicht. Können ja nachher neue Bäume draufpinseln. So, viel Planung ist drin. Und wir haben, trotz alledem, obwohl wir viel nur umgebaut haben, knapp 1000 Einwohner mehr für die zweite Folge. Ihr habt gesehen, wir machen gemütlich. Ich habe das hier ein bisschen ausgearbeitet und da soll dann nachher die Industrie rein, in dem Bereich. Und hier vorne machen wir dann vielleicht noch Bürojobs und noch ein paar andere Sachen. Hier muss natürlich noch ein bisschen U-Bahn hin. Ich überlege mir auch mal die Kreise, die hier laufen werden, weil wir werden wahrscheinlich wieder so Kreis- oder Sternensystem machen oder irgendwie sowas mit den neuen Bahnhöfen. Obwohl, ich glaube, das ist auch eine Mod, oder? Sehen wir aber dann. Gut. Vielen lieben Dank für den Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es dann noch mehr ballert, hoffentlich. Aber das ist schon viel eigentlich, ne? Dafür, dass hier so so eine kleine Stadt ist. Was ist da los? Also, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!